Das war unsere Sendung heute, ein Alle-Wetter-Extra. Wir alle haben geschwitzt, die schwitzen vor dem Bildschirm, wir schwitzen vor der Kamera. Und wir wissen, morgen werden die Sportler hier in Frankfurt und in der Umgebung viel Wasser lassen müssen. Über die Schweißdrüsen, versteht sich. Und es wird ein anstrengender, spannender Lauf. Vielleicht bleiben Sie zu Hause, machen Sie es ein bisschen gemütlich, lassen Sie es ein bisschen kühl werden, kühlen selber ab und sehen zu, wie andere Menschen ordentlich schmitzen müssen. Es ist ja auch ein spannendes Ereignis, das wir da morgen erwarten. Das war es für uns für heute. Einen schönen Abend. Tschüss.